Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, Bitcoin knapp unter 30.000 US-Dollar. Unser Trade ist leider ausgestoppt worden nach Take Profit 1. Gut, es hätte schlimmer laufen können, dass wir komplett ausgestoppt werden. Aber gut, Bitcoin unter 30k. Wir haben unsere Range zwar immer noch nicht nachhaltig verlassen, aber wir kämpfen momentan um den Support, der uns jetzt schon 10, 20 Mal einfach gehalten hat. Ob wir jetzt den Support brechen, wie die nächsten Pläne sind, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video kurz und knapp mal anschauen, denn heute Abend bereits um 18 Uhr Livestream. 18 Uhr bis 18.30 Uhr heute wollte ich euch nur schon mal drauf vorbereiten. Deswegen halten wir das Video jetzt kurz und den Rest machen wir dann einfach später im Livestream nochmal. Ja, bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe wie immer join. Link ist unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Gut, und damit würde ich sagen, rein da 29.900 US-Dollar. Unser Trade wurde ausgestoppt direkt auf Entry 29.670. Wir sind in der Spitze bis auf 29.500 US-Dollar gefallen. Und interessanterweise bilden wir keine höheren Hochs. Das heißt, wir bilden tiefere Hochs. Wir sind momentan so ein bisschen in einem Down-Trend gefangen, haben auch tiefere Tiefs mit Schlusskurs auf einen 1-Stunden-Timeframe. Also es sieht momentan nicht wirklich bullish aus. Das ist schon mal ganz klar festzustellen. Wir sind jetzt auch hier wieder rejected worden oder heute Nacht bei den 30.200 US-Dollar. Auch nicht wirklich stark. Das heißt, uns fehlt momentan einfach so ein bisschen dieser Impuls nach oben. Und die Hausmarke ist und bleibt weiterhin hier diese 30.400 US-Dollar-Marke. Da müssen wir drüber, um diesen Downtrend erst einmal zu durchbrechen. Und ob dann die Kraft überhaupt noch ausreicht, dass wir hier wirklich mal nach oben hin komplett durchbrechen, wage ich immer mehr zu bezweifeln. Ich gehe immer mehr davon aus, dass wir eben möglicherweise trotzdem nochmal diesen Impuls nach oben hinkriegen. Aber dass dann auch wirklich erst einmal der letzte Move ist und wir dann abverkauft werden. Der Grund, warum ich jetzt gestern nicht nochmal long gegangen bin, ist eben dieser. Klar, wir haben diese 1-Stunden-Bullish-Divergence, alles schön und gut, die wir gestern eben nicht hatten. Auch wenn ich es gesagt habe, mir ist es im Nachhinein angekommen, irgendwas war da falsch. Irgendwas habe ich da scheiße gelabert. Aber gut, wir hatten die Bullish-Divergence oder haben sie derzeit. Dann kam der Breakout, aber es hat nicht nach oben hingereicht. Und das ist jetzt wirklich keine Stärke eben im Markt. Und das verunsichert mich derzeit ein bisschen. Deswegen würde ich einfach mit weiteren Long-Positionen warten. Und gehe derzeit eher stark davon aus, dass wir uns eher in dem Bereich der 29.250 US-Dollar befinden. Das habe ich, glaube ich, heute früh auch ganz kurz hier reingeschrieben, dass das so diese nächsten Orders sind, die ich mir überlegen würde. Also 29.200 US-Dollar beziehungsweise 28.800. Das ist so unsere letzte Brücke. Weil wenn dieser Support dann fällt, dann sieht es wirklich übel aus. Weil dann sind wir ganz schnell wieder hier eben bei den 27.500 bis 27k. Das ist unser Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Und ich sage jetzt einfach mal so, so wie momentan die Newslage ist aufgrund BlackRock, aufgrund diesen ganzen ETFs, die gelauncht werden, aufgrund mancher rufen Bullrun. Wir sind immer noch nicht in einem Bullrun. Solange wir nicht die 32.500 Knaller durchbrechen, bin ich weiterhin immer noch auf so einem korrektiven Move in einem Bärenmarkt. Und wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Das sollten wir uns immer noch ein paar Mal in der Woche immer noch ein bisschen dazu sagen, dass wir immer noch in einem Bärenmarkt sind. Auf jeden Fall wäre das momentan jetzt eher so das Primärszenario, weil halt hier die meiste Liquidität reingekommen ist. Also dieser Bereich, diese Zielzone hier unten, die ist schon sehr, sehr verlockend. Also ich sage jetzt mal 26.700 bis 27.400. Das sind die Zonen, die ich sagen würde, okay, hier können wir auch unseren großen Bitcoin Long, den wir bei 25k eröffnet haben, nochmal verdoppeln. Um dann gegebenenfalls hier einen Swing Trade nochmal mit nach oben hin mitzunehmen. Aber derzeit halte ich mich, diese 25k Position halte ich noch ein bisschen in Ehren. Die möchte ich einfach noch nicht verlängern. Und mit neuen kurzfristigen Trades können wir gegebenenfalls dann hier oben nochmal spielen, so bei, wie gesagt, 29.2, 28.8. Um dann gegebenenfalls nochmal ein tieferes Hoch mitzunehmen und dann weiter abverkauft zu werden. Also das sind so momentan so ein bisschen die Ideen dahinter, die ich so ein bisschen im Kopf habe. Vom Stop-Loss her brauchen wir uns hier unten noch nicht in der Gegend unterhalten. Also ich glaube jetzt nicht, dass es rasant nach unten geht, sondern eher ein bisschen zögerlich. Aber wie gesagt, diese ganzen BlackRock-News, die ganzen bullischen News und so, die dürfen wir nicht über einen Kammstein beziehungsweise nicht zu bullisch auch deuten. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und deswegen, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Seitenlinie und erstmal ein bisschen beobachten. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier momentan nicht wirklich viel. Also es tut sich sehr, sehr wenig. Auch hier haben wir kein tieferes Tief mehr bekommen gestern. Also ich mache mal hier ein bisschen Ordnung im Chart, damit es ein bisschen besserer aussieht. Wir haben die Ineffizienz gefüllt. Wir haben die zweite Ineffizienz fast auf den Dollar oder ziemlich genau auf den Dollar abgefischt. Kein tieferes Tief mehr. Also auch hier keine Bullish Divergence. Aber wir haben das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Wir bilden keine höheren Hochs. Wir sind weiterhin eben in diesem Downtrend. Auch dieses Zwischenhoch hier, kann ich euch mal ganz kurz einzeichnen. Dieser Bereich hier wurde nur angewickt und jetzt geht es schon wieder ein bisschen nach unten. Also wir haben hier momentan in den kleineren Timeframes Strukturbruch. Und das ist auch ganz, ganz deutlich ersichtlich in den Stockmärkten, die momentan eben, wie wir es im Wochenausblick darüber gesprochen haben, auch so ein bisschen an dem Widerstandsbereich langsam knacksen und so ein bisschen in die Struggle-Phase kommen. Also da müssen wir jetzt ganz, ganz genau aufpassen. Vorsichtig mit Longs und Shorts sowieso derzeit nicht. Dafür ist mir das Umfeld dann schon wieder zu bullish und vor allem nicht in so einer Phase. Also wenn, dann möchte ich wirklich entweder hier das Golden Pocket oder die Ineffizienz das gleiche wie bei Bitcoin eigentlich sehen. Bevor ich hier in Short gehe, ich möchte hier nicht einfach mitten im Nirgendwo, nur weil wir jetzt tiefere Hochs bilden, hier in einen Short reinsetzen. Aber gut, den Rest besprechen wir dann heute Abend natürlich auch mit euren Altkönnenwünschen im Livestream. Würde ich mich freuen, wenn ein paar wieder von euch dabei sind. Und ansonsten wisst ihr ja Bescheid. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns dann um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.